Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zur wöchentlichen Show. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's wieder um Star Wars. Ich werde über die neue Serie Endor sprechen. Da gibt's den großen Spoiler-Talk, da werde ich auch nicht alleine sein, aber mehr dazu dann im Hauptsegment. Und anschließend werfe ich wieder einen Blick auf eure Q&A-Fragen. Wenn ihr Fragen für mich habt für die nächste Woche, haut sie einfach unten in die Kommentare rein. Ich werde schauen, dass ich sie in der nächsten Woche dann für euch natürlich beantworten kann. Ansonsten könnt ihr mir sehr gerne folgen auf Letterboxd und auch meinem offiziellen Discord-Server beitreten. Langsam schlittern da mehr und mehr Leute drauf. Das ist langsam eine coole Community, die wir daraus bauen. Also warum bist du noch nicht drauf? Die Links dafür findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Und da würde ich sagen, legen wir direkt los mit dem Talk über Endor, die erste Staffel nach dem Intro. So, und da sind wir jetzt bei unserem Talk zur neuen Star Wars-Serie Endor. Ich bin nicht alleine, denn Marius ist wieder da. Hallo Marius. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Oder dass ich mich reinzecken durfte oder so. Wir wollen jetzt vielleicht gar nicht lange drumrum reden. Was waren denn kurz und knackig deine Eindrücke von der ersten Staffel von Endor? Ich fand es sensationell. Ich fand es wirklich, wirklich absolut sensationell. Die ersten drei Folgen, vielleicht kann ich das nochmal damit, was alle auf dem gleichen Stand sind, auftröseln. Und es gab ja in der ersten Staffel und ich glaube auch in der zweiten jeweils so Arks. Insgesamt gab es jetzt drei verschiedene. Eine so Überbrückungsepisode, sieben müsste das gewesen sein. Und dann ein doppeltes Finale, elf und zwölf. Und die ersten drei Episoden kamen an einem Tag raus und waren so dieser erste Arc. Und das habe ich geguckt und dachte so, ach, das finde ich wirklich, also das ist wirklich richtig gut. Das macht mir irgendwie Spaß. Das kann was. Das hat irgendwie Substanz. Das hat so eine Stimmung und ich fand, es wirkt unglaublich präzise. Aber es hat dann noch gedauert bis so zur zweiten Folge, bis vom zweiten Arc. Und da war ich dann so wirklich völlig in und habe mich dann wirklich, also habe Donnerstags angefangen, den Tag zu zählen, bis es wieder Mittwoch ist sozusagen. Und habe nicht mehr aufgehört, darüber nachzudenken. Und auch mich selbst teilweise fast schon ein bisschen dafür ausgedacht, dass ich dann doch wieder so investiert in Star Wars bin. Und das ja auch dann mit dir so ein bisschen geteilt und eben genau deswegen auch dir dann geschrieben, oh mein Gott, wir müssen darüber reden. Und fand das dann aber auch ganz quälend, dass sowohl in meinem kompletten Freundeskreis niemand diese Serie auch zeitgleich mit mir geguckt hat. Und du eben auch nicht, weil du dir ja, wie schon bei Obi-Wan, immer nachträglich hier reinpfeifst. Deswegen, ich weiß jetzt immer noch nicht so 100 Prozent, was du zu sagen hast. Deswegen leite ich jetzt weiter und ich bin, ich brenne wirklich. Ich bin hochneugierig. Ich kann dir eigentlich in allem nur zustimmen. Ich fand, das war eine mega, mega gute Serie. Die war jetzt für mich noch kein Meisterwerk, aber ich glaube, sie hat das Potenzial, das in der zweiten Staffel auf jeden Fall zu erreichen, weil jetzt so ganz viel Base gebaut wurde für Sachen, auf die noch aufgebaut werden kann. Aber trotzdem war diese erste Staffel wirklich unfassbar. Also wenn man es vor allem mit den letzten beiden Serien, also Live-Action-Serien vergleicht mit Book of Boba Fett und Obi-Wan, da ist das ja so meilenweit drüber. Irre. Und viele Leute haben ja auch gesagt, das ist für mich sogar besser als Mandalorian. Das kann ich an der Stelle gar nicht so richtig vergleichen sogar, weil ich finde, das sind zwei grundlegend verschiedene Serien. Endor ist halt wirklich so eine Polit-Thriller-Kriegsdrama-Serie. Und The Mandalorian ist halt wirklich dieses sehr leichtherzige Star-Wars-Action-Space-Opera-Abenteuer. Ja, deswegen finde ich das so ein bisschen unfair, die auf eine Stufe zu stellen. Also beide Serien sind definitiv das beste an Disney-Plus-Content, was man sich, glaube ich, geben kann. Also ich würde so weit gehen und sagen, dass für mich persönlich The Last Jedi das Beste war, was seit Empire Strikes Back rausgekommen ist. Und Endor das Beste ist, was locker das Beste ist, was seit The Last Jedi rausgekommen ist. Und vielleicht auch, ich weiß es nicht, aber vielleicht auch das Beste, was seit Empire Strikes Back rausgekommen ist. Also es ist wirklich gerade so, ich muss mich zwischenzeitlich ein bisschen beherrschen, dass ich da nicht wirklich in die Superlative ausufere. Vor allem bei diesem dritten Arc, also dieses Gefängnis-Ding. Wirklich, das war drei Wochen lang lief ich so durch die Welt, ja wirklich völlig gezittert. Und dieser, spoilern wir hier ohne irgendwie... Das ist ein Spoiler-Talk, Spoiler an der Stelle, wir haben gesagt, wir lieben die Sale, guckt sie euch unbedingt an. Absolut. Sie wird viel zu wenig geschaut, was können wir ja vielleicht noch im Anschluss drüber sprechen, was da die Gründe für sind. Aber ja, wir werden jetzt in Spoilern über die Sale sprechen. Ab dem Moment, wo Andy Serkis plötzlich da auftaucht, dachte ich so, was passiert hier, was geht hier? Supreme Leader Snoke, ich wusste gar nicht, dass wir seine Backstory hier bekommen. Endlich, ja. Dieser ganze Arc, dass der irgendwie sich so in drei Episoden so 180 Grad dreht und so. Du hast irgendwie das Gefühl, dass jede Figur, die da irgendwo so along the way auftaucht, irgendwie wirklich so eine völlig eigene Figur ist. Also alle sind nicht so einfach da, sondern alle sind dann doch irgendwie nochmal ideologisch irgendwie da eingeordnet oder machen irgendwas oder tun irgendwas. Die haben einfach so Ecken und Kanten. Und das fand ich geil. Und hier Kino Loy, so heißt ja der von Andy Serkis gespielte Heftling. Und das war wirklich die Spitze des Eisbergs. Ich finde das so interessant, dass du gleich so auf die Charaktere eingehst, weil das ist mir auch bei der Show sehr aufgefallen. Mir ging es auch so mit den ersten drei Episoden. Die fand ich gut. Die haben mich auf jeden Fall schön in die ganze Atmosphäre und auch das Setting so ein bisschen eintauchen lassen gleich. Und ich war auf jeden Fall gleich dabei. Aber bei mir war es dann wirklich ab der vierten Folge, wo diese erste Mission von Kerstin losgeht, wo ich war, ah okay, jetzt verstehe ich wirklich, was diese Serie ist. Weil da war dann wirklich klar, okay, das wird jetzt echt diese knallharte, super ernste Kriegsserie, die die hier durchziehen. Und was ich da vor allem so toll fand, da werden dann diese fünf, sechs Charaktere eingeführt, mit denen er diese Mission durchführen muss, dieses Gold dazu stehlen. Und du hast instant bei jedem Charakter sofort eine Vorstellung, wer ist diese Figur, was treibt diese Figur an, so grundlegende Charaktersachen in so minimaler Zeit. Und ich glaube, was Endor für mich durch die ganze Zeit sehr spannend gemacht hat, war einfach, dass man gemerkt hat, okay, zwischen allen Figuren herrscht die ganze Zeit so ein ganz interessantes Machtverhältnis und dadurch so eine Anspannung. Man hat immer das Gefühl, jede Figur hat irgendwie vor einer anderen Figur was zu verbergen. Du hast es so wunderschön gesagt, die Show ist wirklich präzise, was Charaktere angeht. Und ich muss es jetzt bringen, nur imperiale Sturmtruppen arbeiten so präzise. Um vielleicht an das anzuschließen, was ich damals bei diesem Obi-Wan-Talk irgendwie gesagt habe, weil ich ja da so krass bemängelt habe auch, dass die irgendwie nur noch solche Großproduktionen irgendwie durchführen. Natürlich ist diese Serie eine Großproduktion, aber irgendwann bin ich nicht umhergekommen, irgendwie nur noch zu bewundern, dass die quasi drei so mit Budget Filme einfach gemacht haben. Du würdest ja niemals, also ich kann es auch keinem verübeln, aber niemals wird jemand in einen Star-Wars-Film gehen, wo gesagt wird so, da ist im Star-Wars-Universum jemand in einem Gefängnis eingesperrt und der bricht da einfach aus. Alter, ich würde es mir angucken. Ich wahrscheinlich auch, klar. Aber das fühlt sich alles so anarcho an. Also auch diese ganze Serie, finde ich wie The Last Jedi ein bisschen, fühlt sich eigentlich an, als dürfte es gar nicht sein. Als würde man bei so irgendwas durchs Schlüsselloch durchgucken. Ja, also es sind halt wirklich ganz viel diese kleinen Szenen, die sich, glaube ich, so Die-Hard-Star-Wars-Fans oft stellen. So wie, ah, wäre es nicht voll cool, wenn man mal sieht, wie das gemacht wird? Oder wäre es nicht voll cool, genau mal das zu sehen? So sehr spezifische Sachen. Und das gibt einem die Serie dann auf einmal. Das, ja, fand ich auch total schön. Du hast es so schön gesagt, so eine Serie wie Obi-Wan fühlt sich an wie so Big Budget. Aber Endor sieht halt viel eher Big Budget aus. Krass, ja. Also die Serie sieht ja unglaublich gut aus, ne? Also ich glaube auch, was so Streaming-Content angeht, wir hatten jetzt gerade Rings of Power. Halt auch teuerste Serie aller Zeiten. Und ganz ehrlich, Endor sah besser aus als Rings of Power. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also es gibt hier einige der wunderschönsten Shots, finde ich, in ganz Star Wars. Das, wo er durch dieses Auge durchfliegt da, am Ende von dieser Mission. Halt, unfassbar. Also zum ersten Arc habe ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil ich den durch die ganzen anderen Traumata, die ich durch die anderen Folgen quasi zugefügt hatte, den habe ich schon irgendwie verdrängt, fast schon, ja. Ich muss auch sagen, da auf dem Ferryx-Thing, da war ich stellenweise noch so ein bisschen, da konnte ich die Charaktere zum Beispiel alle nicht so richtig greifen, die um Endor drumherum waren. Und auch Endor selber nicht. Da war ich noch so, okay, ich weiß nicht, ob mir die Figur von Cassian jetzt wirklich so viel gibt, ehrlich gesagt. Und dann kommt das aber zum Schluss alles wieder full circle. So, und da merkt man halt, okay, das hat sich total gelohnt, so diese ersten drei Folgen jetzt nicht durchzuhalten, weil so schlimm war es jetzt auf gar keinen Fall. Ich dachte auch noch zu dem ersten Arc jetzt, nachdem wir dieses zweiteilige Finale dann nochmal, wo es dann natürlich nochmal so full circle auch zurückging, ich glaube, ich dachte noch, eigentlich müsste man den jetzt nochmal gucken, diese ersten drei Folgen. Weil dann hat man das nochmal alles so mehr auf dem Zettel, man weiß, was die Serie ist, man weiß, wohin das irgendwie geht. Und dann macht das irgendwie nochmal was mit dir, weil du diese ganzen Charaktere dann auch irgendwie nochmal so besser zuordnen kannst, glaube ich. Ich hatte auch in dem ersten Arc teilweise ein bisschen ein Problem mit den Zeitsprüngen bei den Flashbacks und so weiter. Das hat sich für mich doch ein bisschen sperrig angefühlt manchmal. Und ich konnte manchmal auch nicht so richtig einordnen, okay, ist das jetzt Cassian so am Anfang? Stimmt, das stimmt. Und wie weit in der Vergangenheit ist das jetzt? Ist das da jetzt die Republik bei denen? Sind das die Separatisten? Oder ist das schon das Imperium? Oder ist das irgendetwas dazwischen? Oder das war manchmal ein bisschen undurchsichtig für mich. Aber ich finde auch allgemein, so mit den Flashbacks hat sich die Serie manchmal ein bisschen schwer getan. Auch später noch, da hat man ja diese Szene, wo dieser eine Mentor von Cassian da erhängt wird. Da war ich auch so ein bisschen rausgeworfen, weil sie dann aber in der Szene Diego Luna genommen haben. Aber ja, und dann schneidet es so um und dann ist es der Junge wieder. Genau, genau. Völlig crazy, ja. Ja, vielleicht war ich auch einfach zu dumm für die Szene, aber da war ich an einigen Stellen manchmal dann doch etwas verwirrt. Aber ich glaube auch bei einem Rewatch hatte ich da wahrscheinlich kein Problem mehr mit. Ich glaube bei dem zweiten Arc hat es, wie gesagt, eigentlich hat das Ganze dann so richtig hart aufgenommen. Weil sich das ja alles, also ich weiß noch genau, dass so nach der zweiten Folge von dem zweiten Arc, also nach Folge 6, nee, bin ich blöd, nach Folge 4, 5, nach Folge 5 habe ich dann irgendwie nach Folge 5 gedacht so, Alter, das baut sich ja so krank auf. Ja. Also das kann doch gar nicht irgendwie so das Versprechen halten irgendwie, ne. Aber irgendwie auf seine eigene Art und Weise hat die Serie das dann doch irgendwie so gekriegt, ohne so ein, und das beeindruckt mich irgendwie, ohne so ein fettes Bombast irgendwie zu sein. Ja, also es ist ja, die Serie ist ja nie übergroß irgendwie, also es versucht ja nie wie jetzt, sag ich mal, ist ja ein blödes Beispiel, aber wie The Rise of Skywalker am Schluss irgendwie so eine Megaschlacht da zu inszenieren, ja. Aber dafür, dass du quasi immer zwei Wochen so ein Bild abhattest und dir da Gedanken drum machst und dann kommt aber immer nochmal diese dritte Folge und dann hast du dieses, das Auge heißt wahrscheinlich auf Deutsch, ne, wie dann dieser Heist irgendwie verläuft und so. Weiß nicht, das hat sich alles so übelst intim, finde ich, angefühlt. Es ist halt wirklich verdammt gute Charakterarbeit und das sag ich auch immer wieder, wenn ich über Star Wars spreche, die Charakter in Star Wars sind für mich das Allerwichtigste, so, wenn die funktioniert, es ist mir egal, ob die Story nicht so gut ist oder sonst wie, wenn die Charakter für mich funktionieren und die Emotionen rüberbringen, dann bin ich damit irgendwie schon happy und das haben sie halt in der Serie mega gut und dadurch, du hängst halt bei denen und du checkst dann auch was nicht nur für die Welt auf dem Spiel spielt, sondern vor allem für die Charaktere dann in dem Moment. Und deswegen hat sich dieses Build-Up halt auch nie so hingezogen angefühlt oder so und das Pay-Off war dafür halt umso größer, selbst dadurch, dass das dann auf so kleinem Raum stattgefunden hat, war halt trotzdem die Anspannung, ne, also dir geht halt wirklich die Pumpe immer in diesen drei oder vier finalen Folgen, die es ja dann pro Arc, sag ich mal so sind. Und dann halt noch gepaart mit so ein paar Visuals, die sie da so reißen und, was ich auch sehr, sehr geil fand, dass sie einfach erklären, wie zum Beispiel so manche Völker funktionieren oder manche Ökosysteme funktionieren. Oh, mega gut, ja, ja. Ja, ja. Und dann zum Beispiel dann auch noch, wenn wir zurückkehren nach Ferrix und einfach sehen, wie die diese Zeremonie bei der Beerdigung abhalten, ne, dass sie diesen Song auf diesem Instrument spielen. Alter, ich bin da so emotional geworden, weil das einfach auch so schön war in dem Moment, ne. Also man sieht, okay, da wurden so viele Gedanken reingesteckt, wie kann jetzt diese Kultur einfach funktionieren. Was wir jetzt die ganze Zeit so ein bisschen ignoriert hatten, war natürlich dieser B-Strang, der die ganze Zeit mitläuft. Und wo man, finde ich, auch erst nach so neun Episoden oder so merkt, dass das irgendwann vermutlich zusammenläuft. Also es ist ja immer noch nicht zusammengelaufen. Ja, ja. Aber wir kriegen ja einen Charakter aus Episode 6 ursprünglich, Mon Mothma, zurück oder überhaupt nochmal und aus Rogue One. Die eigentlich war ursprünglich aus Revenge of the Sith, wo sie rausgecutt wurde. Ich freue mich, ich bin da so happy für die Schauspielerin, ne, dass sie jetzt so abliefern kann. Aber wie geil auch, dass das dann irgendwie so ne Schauspielerin ist. Also jetzt mal ganz fies gesagt, das hätte natürlich auch können sein, dass sie damals gecastet wurde, weil sie so ungefähr aussieht wie die Originaldarstellerin. Und dann merken die, ach ja, aber irgendwie ist das nicht so ne gute Darstellerin. Aber dass die jetzt auch wirklich völlig abliefert in dieser Serie, das ist ja wirklich irre. Mit so wenig Dialogen manchmal, ne, einfach so durch das Minenspiel. Aber muss ich allgemein sagen, also darstellertechnisch ist Performances, alter, also serienmäßig, glaube ich, mit das Beste, was ich dieses Jahr überhaupt gesehen habe. Aber auch Stellan Skarsgård, ne, der ist ja sowieso ein Powerhouse. Weißt du, da hast du sowas wie Thor, wo der so einen total warmherzigen Typen spielt. Und dann hier sowas, wo du nicht weißt, ist er ein Good Guy oder ist er ein Villain? Und ich glaube, das ist auch was mega Krasses an der Serie. Also erstmal würde ich einfach mal sagen, so politisch war Star Wars, finde ich persönlich, so offenherzig politisch war Star Wars wahrscheinlich noch nie. Vor allem aber auch, ne, dass sie sich nicht darauf verscheuen, das dann politisch, aber auch super komplex irgendwie zu machen. Und du teilweise manchmal keine Ahnung hast, worüber die reden, aber du das dann auch nicht verstehen sollst in dem Moment, weil es einfach realistische Politik sein soll. Wenn hier Luthen mit Saul Guerrera redet und der dann plötzlich irgendwie aufzählt, hier diese Splittergruppe und diese und diese und was ist mit der und was machen die? Und du sagst, was wird, was? Hä? Keine Ahnung. Und was ich der Serie mega hoch diesbezüglich anrechne, ist, dass die eben nicht machen, was finde ich ganz viele, vor allem der Marvel-Produktion in letzter Zeit gemacht haben, ist, dass die immer so, ich nenne es jetzt mal ganz plump, irgendwie, das war zum Beispiel in Falcon and the Winter Soldier, wo die immer irgendwie so linksextreme, ne, Black Panther war es auch hier, der erste, immer so linksextreme Terroristen irgendwie als Antagonisten wählen, die ja eigentlich recht haben. Aber die machen dann eine so Sache, wo sie sagen, oh, das ist jetzt so schlimm, die müssen jetzt sterben, die haben Unrecht, so. Und das ist oft so verkürzt und blöd einfach, ja. Und das passiert hier gar nicht, ja, weil hier ist einfach dieser Luthen, der irgendwie so völlig rigoros ist, aber wir bleiben bei dem, ja. Und der macht auch über die Serien hinweg immer wieder gute Punkte, vor allem wenn, also diese Szene in Folge, Moment, lass mich mal überlegen, 10, wenn ich mich nicht völlig irre, Folge 10, auch finde ich das die allergeilste, die habe ich, glaube ich, dreimal geguckt oder so. Wo er den Typen erpresst zum Schluss? Ja, ja, wo du erst denkst, so, oh Gott, ich will weiter sehen, ob irgendwie Kino Loy überlebt und wo die hinschwimmen und warum schneiden die jetzt weg? Und dann schneiden die plötzlich zu dieser Szene und denkst so, Heilige, was ist denn hier jetzt los, ne? Und er halt auch irgendwie Punkte macht. Es ist halt wirklich komplex und es wird sich einfach bis zum allerletzten Moment nicht einfach gemacht in dieser Serie und dafür respektiere ich die wirklich enorm, muss ich sagen. Also das, was Star Wars ja eigentlich nie war, ne? Star Wars ist ja von Anfang an eigentlich so sehr schwarz-weiß gewesen, sag ich mal, aber in der Serie gibt's das ja gar nicht. Also es gibt ja nur graue Figuren und meine, einige sind eher hellgrau und andere dunkelgrau, sag ich mal, ne? Aber das ist wirklich sehr, sehr geil gewesen. Auch bei Cassian, ne? Wo du am Anfang denkst, was ist das so ein krasser Typ, ne? Ja, das so anzufangen, dass er diesen Typen einfach so abknallt, ne? Da in der ersten Folge und dann auch, äh, als die erste große Mission beendet ist und, äh, der eine, der da mit überlebt hat, so sagt, ey, komm, wollen wir mit der Beute abhauen? Und man dann auch so denkt, oh, Jesus. Natürlich, also es ist irgendwie realistisch, dass so einer das dann fragt, nachdem die da alle draufgegangen sind. Und Cassian den dann auch einfach eiskalt erschießt. So, und da sieht man irgendwie so schön, wie aus ihm dann der Charakter wird, den wir am Anfang von Rogue One sehen. Aber, genau, das ziehen die halt mit allen Figuren durch, ne? Und vor allem auch, also Luthen ist, glaube ich, mein, meine liebste Figur in der ganzen Serie. Mit dem ganzen Storystrang bei Mon Motma. Der, der hat jetzt noch nicht so richtig seinen Payoff gehabt, ähm, hab ich das Gefühl. Aber trotzdem, da war ich bei jeder Szene so dabei. Und, wie gesagt, ich fand's mega, dass sie so viel komplizierten Scheiß gelabert haben. Auch Luthen teilweise über diesen, was war sein, eine Anhänger, Kraygear oder wie der hieß? Krieger. An Anto Krieger, glaube ich, ja. Anto Krieger. Drei Folgen reden die über Anto Krieger und man hat den nie gesehen. Man hat keine Ahnung, wer ist das, was macht der? Aber die reden halt darüber, weil die halt schon ewig diesen Job machen, so, ne? Und sich das dann aber auch zu trauen und nicht dann irgendwie den Charakter nochmal einzuführen und dem noch eine Backstory zu geben, ne? Sondern einfach zu sagen, nee, wir verlangen das den ZuschauerInnen jetzt ab, soweit mit uns mitzugehen. Ich fand auch, ähm, also nochmal, um auf diese Komplexität, finde ich, von so Charakterkonstellationen auch zurückzukommen, ist nämlich, glaube ich, gerade diese Mon Mothma-Sache richtig, richtig passend irgendwie, weil sie ja Family hat und so, ne? Und, Alter, da, die, die Agenda von jedem Einzelnen in dieser Familie ist wirklich absolut, wirklich, also, die jagt mir den absoluten Horror ein, weil ich denke so, oh Gott, Familienfeiern müssen wir denen wirklich das Schlimmste sein, ey. Ganz, ganz wirklich, weil ihr Mann ja eigentlich so ein verquerer, konservativer Dude ist, glaube ich, irgendwie, der ja eigentlich irgendwie den Imperator wahrscheinlich ganz gut findet. Die Tochter plötzlich so einen religiösen Fanatismus irgendwie anheimfällt und sie ist so eine geheime Rebellenqueen und muss da irgendwie versuchen, das zu machen und dann kommt noch ihre Cousine, die eine militante Rebellin ist irgendwie und sagt dann so, ey, du musst mal mehr machen jetzt, ne? Und du denkst so, Alter, diese Frau, ne? Also, viele Botaner erlitten das, wirklich, erlitten den Tod, um diese Information zu bringen, aber was Mon Mothma durchgemacht hat, ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Wir werfen hier mit Phrasen um uns, das ist ja großartig. Ja, aber wie gut auch diese Szenen sind, ne? Wo man so diesen Senatssaal hat und dann hält sie da irgendwie so eine Ansprache und will Leute überzeugen und da sitzt einfach keine Sau. Niemand hört zu, die Leute machen irgendwas anderes und gehen weg. Und denkst du, oh, das ist so scheiße frustrierend, ey. Und wie genial war denn bitte ihr Schachzug zum Schluss, als sie ihren Mann in dem Taxi so ganz offen fragt, du hast doch wieder mit Zocken angefangen und du hast doch sicher das ganze Geld verzockt, so einfach nur, damit nicht rauskommt, dass sie hier diese 40.000 irgendwie woanders für eingesetzt hat, ne? Ja, super gut. Und man sieht dann ja sogar, glaube ich, eine Szene später oder so, dass tatsächlich dieser Chauffeur zu irgendjemandem hier beim ISB geht und sagt so, ah ja, der Mann ist wahrscheinlich spielsüchtig, das mit den 400.000, daher kommt das wahrscheinlich. Und ich frage, oh mein Gott, das ist ja wirklich genial einfach, ja. Ja, was sagst du zu den ganzen, ja, eigentlich sind sie ja schon Antagonisten, also zum einen heißt sie, Ah, hier wollte ich dich auch gerade fragen. Deirdre Miro, die macht mir wirklich völlig Angst, also sie macht mich krank, die Frau, ja. Und Cyril Kahn heißt der, glaube ich, der wirklich am Rand, also das ist so ein Inselboy, glaube ich. Von Ferrix, der meinst du, ne? Genau, der dann auf Coruscant bei seiner Mutter wohnt und die den die ganze Zeit rumkommentiert. Und das ist wirklich so, also der ist eins vor Terroranschlag, habe ich das Gefühl. Den Typen finde ich als Figur sehr, sehr interessant, weil der von Anfang an so angelegt ist, dass er sich überhaupt nicht als eine böse Figur wahrnimmt, weil er einfach nur seinen Job super korrekt durchführen will und einfach nur Hammer angepisst ist, dass das niemand anders um ihn rum auch so macht. Deswegen fand ich das ganz geil, weil du den irgendwo verstehen kannst. Der durchschaut halt nicht, dass sein System furchtbar ist, aber der will einfach seinen Job machen. Und irgendwie, ja, irgendwie finde ich, ist das eine sehr interessante Figur und auch mit dem, dass der irgendwie auf die andere so ein bisschen steht und dann gleichzeitig noch so einen verquerten Mutterkomplex hat. Sehr interessante Figur, also vor allem in Star Wars hat man sowas auch noch nicht so richtig gesehen und sie ist natürlich, sie lässt ja auch ein Schauspiel vom Stapel. Das ist auch unglaublich. Also da jagt sie mir eine Schauer über den Rücken, jedes Mal, wenn die so mit der Lippe so spielt, weißt du? Dieser Moment, als sie ihre Beförderung bekommt, aber eben noch denkt, dass sie gleich zusammengeschissen wird und degradiert wird. Wie krass sich ihre Mimik verändert da in diesem Augenblick? Diese Szene, wo sie Biggs irgendwie da zur Folter irgendwie anberaumt und dann sagen sie, ah, sollen wir den Typ noch wegmachen? Und dann so, nee, nee, die soll den ruhig sehen. Und dann kommt die rein und sagt so, was ist, was, mach den schnell weg, die kann den doch jetzt nicht sehen. Ich so, oh mein Gott, was zur Hölle. So richtig die Nazi-Methoden rausgeholt, ne? Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Mir ist es, glaube ich, ist jetzt ein bisschen angeberisch, aber mir ist es instant aufgefallen. Es gab wirklich eine, so zehn Sekunden der Serie, wo ich dachte, das ist wirklich nur völlig des Todes geil. Und zwar ist das, als Biggs diese Kopfhörer aufkriegt und dann cut to einfach komplette Stille. Dann hört sie diese, weiß ich nicht, Kinder von irgendeinem Planeten und wird da völlig irre davon. Und dann kommt ein Schnitt, weil sie anfängt zu schreien, aus der Tür raus, die Tür geht zu, die Kamera geht runter und filmt mit diesen Leuten, mit die da vorbeigehen. Wie in Episode 4? Wirklich genau, ich dachte so, oh mein Gott. Nee, nee, du warst nicht der Einzige, dem es aufgefallen ist. Mega, ja, ich bin da danach irgendwie auf Twitter oder Reddit oder so und hab das gesehen und dachte so, ja, ja, richtig, ja, ja. Und dann kommt nämlich direkt der Schnitt von ihrem Schreien, der übergeht in die Werkzeuge. In diese Maschine, ne? Ja, ja, alter, leck mich am Arsch. Also da dachte ich wirklich, wie gut kannst du wirklich so zehn Sekunden durchchoreografieren? Oh, okay, ich spann den Bogen noch weiter. Ihre Schreie gehen über in die Maschine, wo sich ja später rausstellt, dass die Teile für den Todesstern bauen. Zurück zu dem Zitat von Obi-Wan, Tausende in panischer Angst aufschrien und plötzlich verstummten. Es ist wirklich hervorragend. Ich glaube, wir müssen wirklich nochmal gesondert über diesen Gefängnis-Arc irgendwie sprechen. Ja, ja, auf jeden Fall, da wollte ich jetzt gleich drauf zu sprechen. Fang mal an, fang einfach mal an. Ich bin einfach mal, ich lausche. Also ich habe schon im Vorfeld so ein bisschen gehört, dass es da dieses Arbeitslager gibt, also diesen Arc mit dem Arbeitslager und dass es ganz schön doll sein soll. Und ich hatte halt so im Kopf, oh, die müssen da in irgendeinem Bergwerk arbeiten, alles super dreckig und die müssen ihre Gliedmaßen amputieren, weil das abfault. Und dann war es ja das totale Gegenteil. Es ist ja alles super clean. Die werden ja voll gepflegt. Aber dass sie halt dieses Prinzip machen, mit dem die Gruppen so gegeneinander ausspielen, ne? Und jeder will der Schnellste sein und die, die am langsamsten sind, werden bestraft. Nicht mal, weil die jetzt an sich langsam waren, sondern einfach nicht so schnell waren wie die anderen. Oh, so perfid, ne? Ja, wie sich das alles aufbaut, dieses Mysterium, das dann langsam rauskommt, was mit den anderen Leuten passiert ist, dass keiner von denen das rausschafft, ne? Wie langsam da so diese Informationen so offenbart werden, dann einfach der ganze Ausbruch. Also ich war so elektrisiert, diese Folge. Und ich hatte wirklich als so diese gigantischen Massen von Häftlingen da durchströmt zum Schluss. Das war ja so richtig so Topshot auf den Ausgang. Ich hatte wirklich, ich hatte Tränen in den Augen. Das war unfassbar. Und mit dieser Ansprache von Luthen, äh, von Kino, das war echt eine der höchsten Gefühle so, die ich überhaupt in so einem Star Wars Ding verspürt hab bis jetzt. Schon der vorläufige Highpoint eigentlich war. Also erstens war mein persönlicher wirklich Fanservice und Fanboy-Moment, dass ja in diesem Gefängnis ein OG aus Rogue One plötzlich auftaucht, nämlich Rue Scott Melshi. Ist dir das überhaupt geläufig? Hast du das mitgekriegt? Nee, das ist mir ... Das ist der Typ, mit dem Cassian dann flüchtet und von dem er sich in der vorletzten Folge dann verabschiedet. Der ist in Rogue One. Echt? Ja, klar. Ah, okay, krass. Und weil ich irgendwie bei Rogue One, auch wenn ich den Film bis heute nicht so richtig doll mag, aber das war noch so die Zeit bis nach The Last Jedi, wo ich so wirklich völlig in Star Wars drin war und mir auch so Reference-Books und Namen gemerkt hab. Und irgendwie ist das alles in mein Hirn implantiert. Und dann stand unten bei dem Untertitel Melshi-Doppelpunkt. Und ich sag so, den kenn ich. Oh mein Gott, das ist ja verrückt, ja. Und dann irgendwie, das war schon einfach wirklich mega geil. Und dann dieser Moment, da bin ich wirklich froh, dass ich das so mit den Leuten irgendwie Woche für Woche mitgucke, als dann die zweite Folge in diesem Arc aufhört und Kino-Loi quasi switcht. Und dann Cassian noch einmal fragt, ja, wie viele Wachen sind hier auf der Ebene? Und er sagt ihm das sofort, ne? Never more than 12. Und wirklich, das Internet ist, also ich hab auf Twitter nix anderes gesehen, als dieses Zitat, ja. Und es war wirklich eine Woche vollkommene Geilheit einfach nur, weil irgendwie so jeder, oh mein Gott, was passiert jetzt, ne? Und man hat irgendwie das Gefühl gehabt, so... Als ob man sich mit auf diesen Riot vorbereitet auf einmal, ne? Und ich hatte also für mich persönlich auch dieses Gefühl, jetzt vertraue ich der Serie, weil beim letzten Arc, hab ich vor der letzten Folge noch so gedacht, wenn das irgendwie nicht ganz deliberate wäre, schade, ne? Und jetzt war es so, ne, die machen das wieder, die machen das wieder, ne? Und dann war wirklich diese zehnte Folge, äh, war wirklich völlig mega. Ich glaub, das ist die beste Folge für mich gewesen aus der ersten Staffel bis jetzt. Was, find ich, auch ganz wichtig war bei der Serie, dass sie dann aber auch konsequent waren und auch wirklich Charaktere, mit denen man viel Zeit verbracht hat, einfach auch gekillt haben. Auch ganz unzeremoniell, ohne Slowmotion und ohne so ein Pathos da so reinzubringen oder die Emotionen so übelst so auf die Tränendrüse zu drücken, ne? Sondern wirklich einfach knallhart, ne, abgeknallt, fertig, liegt da jetzt so. Nächster, abgeknallt, fertig, liegt da jetzt so. Das war auch bei dem, äh, Nemic hieß er, glaub ich, bei dem zweiten Arc. Nach der zweiten Folge dachte man schon so irgendwie, kacke, der wird das nicht überleben. Der Junge? Ja, ja, genau, der das Manifest geschrieben hat. Mhm. Und dann überlebt er wirklich diesen kompletten Heist und wird dann irgendwie von so einem blöden Payroll-Paletten-Ding irgendwie kaputtgeschlagen und kann nur noch in seinen letzten Momenten sagen, climb, climb, climb und so. Und es ist wirklich tragisch irgendwie. Ja, ja, übel. Eieieiei. Wie geil ist denn bitte die Ansprache gewesen von Andy Serkis zum Aufruf, da raus mit diesem One-Way-Out, das Alter. Oh, ich krieg schon Gänsehaut, Alter, wenn ich drüber spreche. Ja, also wirklich, ich muss auch nochmal hervorheben, dieser Kino-Loi-Charakter irgendwie, der hat richtig brutal was mit mir gemacht, weil der irgendwie so. Das ist krass, ne? Du gemerkt hast, die einzige Hoffnung, die der noch in seinem Leben hatte, war da irgendwie rauszukommen irgendwie nach diesen Tagen und das irgendwie gut zu machen. Und du kannst das dem auch eigentlich gar nicht vorwerfen, dass der so war. Und in dem Moment, wo der das realisiert, wird er plötzlich zu so einem richtig, nicht mal zu einem starken Anführer, sondern einfach zu so einer völlig gebrochenen Figur irgendwie, ne? Und dann ganz am Schluss noch dieses, I can't swim. Oh, da war ich, da saß ich wirklich im Sesse so, no, no. Oh, das war so traurig dann. Glaubst du, wir sehen den nochmal wieder? Irgendwie, ich fände es, also es wird nichts Schöneres in meinem Leben geben, als nochmal zu sehen, dass der lebt. Aber irgendwie fände ich es auch geil, wenn sie es einfach eiskalt dabei will lassen. Ich glaube tatsächlich auch, ich würde es geiler finden, wenn wir ihn nicht nochmal wiedersehen. Das würde mich irgendwie so zu dieser ganzen Serie passen, weil Cassian wird ja auch wie so ein Pingpong die ganze Zeit so unfreiwillig hin und her geworfen. Und das, ich mag ja generell auch solche Geschichten, die einfach nur davon handeln, wie sich Leute in die Scheiße reiten. Und so geht das ja los. Der will am Anfang nur seine Schwester finden, wo dann rauskommt, dass sie schon lange tot ist. Und nur dadurch rutscht er rein in diesen scheiß Deal mit Luthen. Und dann schafft er das und dann wird er wegen nichts gefangen genommen. Das ist auch so krass, ja. Man verbringt halt echt so vier Folgen in diesem Gefängnis. Und bei jeder anderen Serie würde man sich denken, was soll diese scheiß Filler-Arc hier drin. Aber es passt halt einfach so gut, um zu zeigen, wie brutal böse einfach dieses Imperium ist. Und was für ein scheiß Leben Cassian auch einfach hat. Ich bin in diese Serie reingegangen, ohne wirklich auch, ich glaube ich habe nicht mal richtig Trailer oder so geguckt. Aber ich bin irgendwie so davon ausgegangen. Ich fand die Trailer auch überhaupt nicht gut für die Serie, ehrlich gesagt. Ich glaube aber auch zu so einer Serie kann man gar keine guten Trailer machen, glaube ich. Aber ich habe dann gedacht so, okay, jetzt sind die ersten drei Folgen rum und er ist jetzt bei Luthen. Und jetzt wird er ein Rebell. Also das habe ich irgendwie gedacht. Ja, ja, ja. Und dann merkst du aber irgendwie, ah naja, das ist gar nicht die Serie. Die Serie erzählt überhaupt erst, wie es dazu kommt, dass der so denkt, dass der ein Rebell werden könnte. Und das war irgendwie der Über-Mindfuck. Ja, weil du dann auch nochmal dachtest, ah, jetzt kommt er zu diesen Typen auf diesen Planeten und macht dann mit denen die Mission und denkt dann, ah, jetzt bin ich ein Rebell. Und das passiert dann aber wieder nicht. Nee. Und jetzt am Ende wird es nur mal so impliziert. Das muss man sich irgendwie auch vor allem in so einem Star-Wars-Kontext finde ich erst mal trauen, wo ja irgendwie eher so die Herangehensweise mit Mandalorian und Boba Fett und auch Obi-Wan irgendwie ist. Ja, wir haben so ein großes Ereignis und da müssen wir schnell hin irgendwie. Und dann bauen wir irgendwie die Serie da drumherum. Ja, also es wäre, glaube ich, richtig easy gewesen zu sagen, okay, drei Folgen Aufbau und jetzt sind wir auf Yavin 4 und dann ist er ein Spion und wird zu irgendwelchen Missionen geschickt oder irgendwie sowas. Aber das ist es ja wirklich überhaupt gar nicht. Ja, also es ist ja nun wirklich eher die unkonventionellere Herangehensweise. Das, was du aber eben gesagt hast, das wäre halt auch viel langweiliger gewesen. Ja, absolut. Weil ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich hatte im Vorfeld auch nicht so viel Bock auf die Serie, aber einfach, weil ich das Gefühl hatte, oh, ich weiß nicht, schon wieder Rebellen gegen Imperium, schon wieder TIE-Fighter und X-Wings und Sturmtruppen und vor allem, weil ich halt auch Star Wars Rebels mehrfach gesehen habe mittlerweile, ne? Da dachte ich so, oh, ich weiß nicht, das hängt mir so ein bisschen zum Hals raus. Aber die Serie war ja genau das dann gar nicht. Und deswegen war das halt echt das Beste, was sie machen konnten. Sie haben sich ja auch mit so Fanservice sehr zurückgehalten. Also bis auf das, was du eben meintest hier mit Rogue One mit der Anspielung, bis auf das, dass man einmal diesen Imperial Droid sieht und kurz denkt, wird das K2SO? Und dann wird es nicht K2SO, zum Glück. Und sonst würde ich sagen, ja, nur Saul Guerrera. Und da ist auch so das Einzige, wo ich auch so dachte, okay, der wirkt nicht so richtig begründet in der Serie, weil der auch kein Pay-Off hat oder den Plot irgendwie beeinflusst. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der in der zweiten Staffel eine viel größere Rolle spielen wird. Und wahrscheinlich auch mit Mon Mott mal irgendwie zusammenlaufen wird oder so. Ich würde noch vielleicht zwei, drei Sachen zum Finale sagen wollen. Also die erste Hälfte, Folge 11, war die ereignisloseste Folge so an sich, fand ich. Aber dann das Finale war, als ich das gestern geguckt habe, ey, halbtot, krank im Bett gelegen und aber gedacht, oh mein Gott, jetzt das Finale, ich freue mich so. Und auch wirklich so zwei, drei Momente, wo ich wirklich auch so, wo es richtig in mich gefahren ist. Ja, also das eine war, als Marwa dann diese Ansprache vor allen gehalten hat. Und ich schon dachte, oh Gott, wie lange macht das im Spiel? Mega, ne? Und dann das andere war, als Bresso heißt er, glaube ich, der, ich finde, der sieht aus wie so ein Knuddelbär von der Kollege von... Cassians Arbeitskollege, ne? Genau. Genau, als der ihm quasi die letzte Botschaft von seiner Ziehmutter irgendwie überbracht hat. Und das hat nochmal ganz anders gehittet, wenn du weißt, wo es halt hinläuft. Also da ist wirklich diese Rogue One, dieser Schlusspunkt schon zu wissen, das hat richtig doll irgendwie, das ist richtig in mich reingefahren. Und das waren, finde ich, richtig, richtig, richtig gute Momente. Ja, dieser ganze Aufstand da, den die da loslegen nach der Beerdigung. Alter, ich war so elektrisiert, weil du hast so viel Zeit mit denen verbracht und du siehst immer wieder, wie scheiße das Imperius ist und wie die alle unterdrücken. Und dann hast du so richtig, diese Wut, die staut sich so richtig auf und dann lassen die das da raus und du bist so richtig dabei, ne? Du denkst, oh ja, bitte, bitte haut die alle kaputt jetzt. Und auch da aber wieder hammerkonsequent, ne? Blaster raus, Feuern, zack, zack, zack. So viele werden dann niedergemäht dann. Auch wie der Charakter, die man seit der ersten Folge kennt, ne? Boah, und einmal, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber einer wird umgemäht und die halten wirklich ewig lang auf seinem Gesicht. Ja, 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 voll. Heilige Scheiße, hab ich gedacht. Also noch fünf Sekunden und das könnte nicht mehr auf Disney Plus laufen irgendwie. Das bedeutet nicht, dass Star Wars nie mehr lustig sein darf, nie mehr goofy sein darf und auch nie mehr irgendwie ein Humor haben darf oder so, ne? Also das ist nochmal dieser ganz komische, schmale Grad, auf den man da geht. Ich glaube, es ist auch klug, nochmal vielleicht einzuordnen, dass diese Serie wirklich ein Genre-Werk einfach ist, ja? Die da einfach existieren darf, aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt eine Count-Doku-Crime-Scene-Investigation-Storyline brauchen, die irgendwie, weiß ich, also warum nicht? Klar, ich glaube, wenn Tony Gilroy und Bo Willman und Dan Gilroy, die da alle irgendwie verantwortlich sind, wenn die das machen würden, würde ich es mir angucken, aber... Nicht alles in Star Wars muss jetzt Endor sein. Genau, also genau wie irgendwie damals scheinbar das Fazit gezogen wurde, oh, Solo hat nicht funktioniert, wir recasten nie wieder einen Original-Trilogie-Charakter und machen so weirde Deepfakes da draus. So ein Fazit muss jetzt nicht gezogen werden, dass sie sagen, okay, nur noch Serien, Prequel-Serien über irgendwelche Charaktere, die sehr ernst sind. Das brauche ich nicht. Das Fazit sollte sein, riskiert mal was und geht auch mal far out und vielleicht hättet ihr sollen für Lord und Chris Miller den Han Solo-Film machen lassen sollen, den sie machen wollten. Was ich auch sage, macht die Serien so lang, wie sie lang sein müssen. Weil ich habe so genossen, dass das mal wieder eine etwas längere Serie war tatsächlich, die sich nicht gezogen hat, also die wirklich so viele Episoden hatte, wie sie gebraucht hat. Vielleicht hätte man eine Folge kürzer machen können oder so, aber also wirklich nach so viel Obi-Wan und Miss Marvel und diese ganzen Serien, die immer so sechs Folgen haben. Ja, das sind keine richtigen Serien, aber zu lang für einen Film. Genau, so lange Spielfilme, irgendwie so ausgedehnte Spielfilme. Oh, war das jetzt so eine schöne Abwechslung, einfach zu sagen, nö, wir haben mehrere Arcs, die haben drei bis vier Episoden und zum Schluss kriegt jeder Arc ein ordentliches Finale und dann geht's weiter. So, und dann zwölf Folgen und wie viele Staffeln sollen davon rauskommen, weißt du da was? Und zwar, es kommt jetzt noch eine. Und das war's? Krass, ja. Und die hat auch wieder zwölf Episoden und es gibt dann vier Arcs, a drei Episoden und jede deckt ein Jahr bis vor Rogue One ab. Also jetzt sind wir ja fünf Jahre davor, dann drei Folgen vier Jahre davor, drei Folgen drei Jahre davor und so weiter. Und die haben auch schon, das finde ich auch so witzig an dieser Serie, dass da überhaupt gar nicht so Geheimniskrämerei drum gemacht wird und Tony Gilroy jetzt schon so gesagt hat, ja, K2SO wird vorkommen, ja, die sind dann auch auf Javin 4, ja, das hört kurz vor Rogue One auf und so erzählt das einfach alles. Dem ist halt Star Wars wirklich scheißegal. Das ist so nice, wirklich, ja, ja. Genau, also das wird dann schon zu Ende sein und ich schwanke da massiv zwischen, oh Gott, shit, aber auch geil, richtig, richtig geil. Ich glaube, die wissen schon, was sie machen. Es gibt mir richtig Selbstbewusstsein, was die Serie angeht, finde ich. Ja, ich habe tatsächlich zu Ende und nichts mehr hinzuzufügen, außer guckt die Serie, weil ihr habt es anscheinend noch nicht getan, weil zu wenig Leute haben die Serie geschaut. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass es halt kein großer Title-Character ist. Ich glaube, das hat auch viel mit viel zu wenig Marketing zu tun. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass Obi-Wan halt einfach nicht so geil war, wie viele Leute dachten und jetzt erst mal, wie das halt immer so ist, dann keinen Bock mehr auf Star Wars haben und dann wieder sagen, oh, Star Wars ist jetzt für mich tot, wenn eine Sache rauskommt, die sie nicht mögen. Guckt es auf jeden Fall. Also von mir gibt es 8,5 von 10 Punkten. Wenn wir dabei sind, würde ich, glaube ich, bei 9 von 10 Punkten rauskommen. Und würde hinzufügen, ich glaube, den Platz sollte es in Star Wars geben und den sollte Endor erstmals besetzen, dass es auch okay ist, wenn in diesem Universum einfach so Nischensachen existieren. Voll, ja, bitte. Ja, also dass da einfach so, nicht alles muss irgendwie Boom sein, sondern es kann auch einfach so eine Serie, die einfach so der Geheimtyp einfach ist. Und ich finde, da findet sich die Serie richtig gut drin irgendwie. Und da liebe ich die auch. Ja, dann danke, Marius, dass du wieder dabei warst für diesen wirklich sehr schönen Talk. War cool, dass wir jetzt mal über was gesprochen haben, wo wir beide sehr viel Freude dran hatten. Dann sehen wir uns aller spätestens, glaube ich, wieder zur zweiten Staffel, oder? Ja, dann bis 2024. Alles klar, Marius, dann bedanke ich mich bei dir, dass du wieder dabei warst. War wirklich wieder sehr, sehr cool. Checkt natürlich Marius' Kanal aus, wenn ihr diverses an Film-Content, Musik-Content und Gesellschaftskritik sehen wollt. Freitags kam bei mir ein neues Video. Also ist schon ein neues Video jetzt bei mir online. Ah, na dann ab auf den Kanal auf jeden Fall, nachdem ihr mein Video zu Ende geguckt habt. Ja, logisch. Alles klar, dann danke, Marius. Und ich würde sagen, wir bleiben jetzt noch kurz da für das kleine Q&A. Okay, ich freue mich. Und jetzt werfe ich natürlich noch einen kleinen Blick auf eure Q&A-Fragen. Den Anfang macht wieder M07. Wie würdest du folgende Filme ranken? Transformers 3, 4, 5, Ambulance, Pain & Gain und Six Underground. Das sind ja nun wirklich die besten Michael Bay-Filme, die du dir hier rausgesucht hast. Ich glaube tatsächlich, ganz unten wäre für mich Six Underground dicht gefolgt von Pain & Gain. Dann würde bei mir wahrscheinlich Transformers 4 kommen. Dann der dritte, dann der fünfte, weil der ist wenigstens so scheiße, dass ich ihn teilweise sehr belustigend fand. Und dann Ambulance zum Schluss. Welchen Film findest du schlimmer? Fees 2 oder Ultraviolet? Ich glaube, es ist egal, wie viele Filme ihr mir gegen Fees 2 stellen werdet. Fees 2 wird für mich wahrscheinlich immer der schlechtere Film bleiben. Und ich würde mir tausendmal lieber Ultraviolet noch zehnmal angucken als Fees 2. Welchen Schurken findest du schlechter? Dr. Doom in Fantastic Four 2015 oder Steppenwolf in Justice League 2017? Ich glaube, da muss ich jetzt leider Dr. Doom sagen, weil das war nix. Ich kann mich an nichts erinnern, was er überhaupt getan hat. Data Walker hat einen sehr lang ausführlichen Kommentar geschrieben. Ich beschränke es jetzt mal auf die letzte Frage zum Schluss. Meine Frage, ich hoffe, du hattest diese nicht bereits beantwortet und ich habe es verpeilt. Hast du die eher unbekannten Serien, also von Marvel, wie Cloak & Dagger, The Gifted und Marvel Runaways gesehen? Und wenn ja, würdest du vielleicht darüber berichten? Ich habe Cloak & Dagger gesehen. Ähm, die fand ich jetzt nicht so geil. Leider, äh, ich mag Cloak & Dagger sehr aus den Comics. Ich finde, das sind super interessante Figuren. Die haben ja ihre Superkräfte dadurch bekommen, dass ihnen experimentelle Drogen verabreicht wurden, was schon mal ziemlich darker Stoff ist, äh, wirklich. Und ich fand es irgendwie blöd, dass sie in der Serie dann so eine Teenie-Drama-Serie draus gemacht haben und diese ganze Düsternis irgendwie dann nicht so wirklich da drin war. Ach, die Serie war dann so YA-mäßig und das hat mir einfach nicht gefallen. Ich fand vor allem, die erste Staffel hat sich einfach nur hingezogen, die zweite fand ich ein bisschen besser, aber, ja, ich fand leider, die Serie war für mich jetzt nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Begiftet habe ich jetzt nicht gesehen, ist ja, glaube ich, so eine X-Men-Serie, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber Runaways habe ich gesehen, die ersten beiden Staffeln sogar zweimal und Runaways fand ich klasse. Also, mit der Serie hatte ich wirklich sehr, sehr viel Spaß. Das war halt eine sehr gute YA-Serie, finde ich, mit tollen Figuren und interessanten Plot. Die Atmosphäre von der Serie ist irgendwie cool, der ganze Soundtrack war sehr geil, auch optisch war die irgendwie cool aufgezogen und da geht es ja um so ein paar Kids und die finden raus, dass ihre Eltern superwillend sind. Und dann geht es halt darum, wie die damit irgendwie umgehen müssen, passend zum Titel sind die dann halt auf der Flucht und so weiter. Die letzte Staffel war dann leider auch nicht mehr so gut, die Serie wurde ja vorzeitig gecancelt und dann haben sie irgendwie alles in die letzte Staffel reingecrampt. Obwohl man gemerkt hat, okay, das wären locker drei Staffeln irgendwie gewesen, das ist, naja, leider nicht mehr so gut aufgegangen zum Schluss, aber trotzdem fand ich Runaways wirklich sehr, sehr geil. Max fragt, was ist deiner Meinung nach die beste Videospielverfilmung? Meiner Meinung nach ist es der erste Silent Hill Film. Es gibt, finde ich, ein paar Videospielverfilmungen, die durchaus okay sind. Ich denke da so an den Prince of Persia, der war jetzt nicht mega gut, aber der war jetzt auch nicht scheiße zum Beispiel. Ich finde ehrlich gesagt die Tomb Raider Filme mit Angelina Jolie irgendwie ganz nett, also das sind so unterhaltsame, trashige Action-Vehikel. Ich fand auch den neuen Tomb Raider ganz okay. Ich hoffe, sie machen mal einen Tomb Raider Film, der wirklich geiler Film ist, weil ich glaube, das ist definitiv machbar. Und sonst muss ich aber auch sagen, ich habe gar nicht so viele Videospielverfilmungen gesehen. Den Silent Hill Film, den du angesprochen hast, ich weiß, der hat viele Fans. Konnte ich auch nicht so viel mit anfangen, mochte ich auch nicht sonderlich. Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Großteil der Videospielverfilmungen hat mich auch ehrlich gesagt nie so wirklich interessiert. The Mansion fragt, was war für dich bislang die größte Enttäuschung des Jahres? Für mich war es definitiv Halloween Ends und hast du in Zukunft vielleicht eine kleine Retrospektive zu Coraline geplant? So eine Henry Selleck Retrospektive wäre vielleicht mal ganz cool oder so ein Ranking von ihm. Ich habe jetzt Wendell & Wilde schon gesehen, also ist das jetzt an der Stelle zu spät, aber vielleicht bei seinem nächsten Film. Coraline finde ich sehr, sehr geil, also es ist einer meiner liebsten Filme überhaupt, würde ich sogar sagen. Die größte Enttäuschung des Jahres ist auch eine gute Frage. Es gab tatsächlich dieses Jahr jetzt wenig Filme, auf die ich mich so mega gefreut habe, die mich dann so richtig enttäuscht haben. Ich würde wahrscheinlich am ehesten sagen, der neue Scream-Film, weil ich habe mich da irgendwie darauf gefreut, mal wieder so Scream zu sehen und auch das erste Mal im Kino. Und ich weiß nicht, ich konnte mit dem Film echt gar nichts anfangen irgendwie. Der hat mich leider gar nicht abgeholt, also ich saß echt im Kino damals und der hat mich richtig kalt gelassen leider. Dome L fragt, ist eine Review geplant zu diversen Dark-Comedys? Also die stehen ja hier, ich lese jetzt nicht alle vor. Teilweise, also zum Beispiel von Guy Ritchie zu seinen Filmen, ich plane da ja ein Ranking, da werde ich dann ein bisschen über seine Filme sprechen. Sonst nur eine Show, wo ich so über Dark-Comedys spreche, da könnte ich vielleicht mal so meine liebsten Dark-Comedys aufzählen oder sowas. Aber so jetzt wirklich Reviews zu diesen einzelnen Filmen sind an der Stelle nicht geplant. Vielleicht tauchen die ja mal im Letterboxd-Tagebuch auf, einfach mal ein bisschen die Augen offen halten. Aber so einzelne Reviews zu denen sind jetzt leider nicht geplant. Käseprinzessin fragt, hast du seit damals Piranha 3D nochmal gesehen? Nö, aber ich habe den irgendwie ganz spaßig in Erinnerung. Vielleicht gucke ich mir den nächsten Oktober mal nochmal an. Ja und das waren eure Fragen, vielen Dank wieder dafür. Wie gesagt, Fragen für die nächste Show gerne unten in den Kommentaren. Und in der nächsten Woche gibt es dann schon mein Letterboxd-Tagebuch für den Monat November. Da werde ich euch erklären, was ich alles in diesem Monat so Schönes geschaut habe. Also freut euch auf jeden Fall da drauf. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und kommt gut durch die nächste Woche. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Macht's gut, bis dann. Ciao.